Stefan Holz, Kanu-Rett-Sport. Max Hoff, Paddelboot-Fahrer. Helena Fromm, Taekwondo-Kämpferin. Stefan Erius, Champion 209. Katrin Boron, Champion des Jahres 2004. Rudern. Gerhard Schönenfeld, der Schädenfahrer, Alpin. Einfach nur, Sven Eutke, Boxen! Andreas Trittmer, Indianer. Kurt Geschäler, Kanute. Und sie alle wollen in dieses Auto. Neun Top-Athleten in einem Smart-Brabus-Cabrio. Geht das? Im Robinson-Club Calimera Kreti auf Kreta erholen sich 88 Sportler von den anstrengenden Olympia-Wochen in London. Keine Wettkämpfe, keine Medaillen. Und da kommt man auch mal auf solche Ideen. Eng ist es, aber irgendwie findet jeder seinen Platz. Und wenn der Kanute auch mal quer liegt. Unbequem findet es keiner hier. Alles wunderbar. Also mehrere Stunden möchte ich es nicht machen, aber war nett. Denn der Champion des Jahres bringt alle Athleten zusammen. Phänomenal. Also man hat immer Spaß. Man trifft wieder Freunde, die man schon vor Jahren beim früheren Champion des Jahres kennengelernt hat. Aber es macht einfach Spaß. Es ist überragend. Dann hat Sport, Party, kann man alles miteinander verbinden. Experiment geglückt. Und fahren klappt sogar auch noch.